Willkommen auf der 1. Med2-Aplasie-Station. Hämato-onkologische Erkrankungen und die Versorgung von immungeschwächten und schutzisolierten Patienten sind ein besonderer Schwerpunkt auf unserer Station. Wir sind in Niederösterreich die einzige Abteilung, die autologe Stammzellentransplantationen durchführt. Auf unserer Station gibt es einen eigenen Bereich, wo die Stammzellenrückgabe erfolgt und wir Stammzellenpatienten betreuen. Unser Pflegerteam macht eine gute Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen, fachlicher Kompetenz und einem starken Teamgeist aus. Und wenn du in unserem multiprofessionellen Team mitarbeiten möchtest und eine neue Herausforderung suchst, würden wir uns sehr freuen, dich ganz bald auf unserer Station begrüßen zu dürfen.